Vorarlberg in 100 Sekunden. Präsentiert von Antenne Vorarlberg und Vollarty. Ich bin David Kieber, schönen Mittwoch. Als kurz aber heftig bezeichnet die Rettungs- und Feuerwehrleitstelle das Gewitter gestern Abend. Innerhalb einer Stunde musste die Feuerwehr in Vorarlberg 30 Mal ausrücken. In Lustenau sind wegen umgestürzter Bäume zwei Häuser beschädigt worden. Die meisten Einsätze waren in den Bezirken Bregens und Dornbirn nötig. Im Raum Feldkirch gab es zwei Einsätze. Im Bezirk Bludens ist nichts passiert. Eine Vorarlberger Lehrerin verklagt die Republik Österreich. Weil sie zwar studiert hat, aber nicht auf Lehramt, hat die Frau einen befristeten Sondervertrag bekommen. Erst in zehn Jahren würde dieser in einen unbefristeten Vertrag umgewandelt. Zu spät für die Klägerin. Sie will das unbefristete Dienstverhältnis sofort. Eine Lösung steht schon im Raum. Die Lehrerin bekommt ein unbefristetes Dienstverhältnis und beide Parteien müssen die Verfahrenskosten selber tragen. Eine Entscheidung des Bildungsministeriums steht aber noch aus. Einen schweren Unfall hat es heute Morgen in Lauterach gegeben. Eine 54-jährige Autofahrerin ist seitlich von einem LKW gerannt worden. Nach dem Zusammenstoß wurde das Auto der Frau rund zehn Meter weggeschleudert. Die Frau musste mit der Bergeschere aus ihrem Auto befreit werden. Sie wurde schwer verletzt. Der 45-jährige LKW-Lenker blieb unverletzt. Und das Land Vorarlberg hat den Literaturpreis 2017 ausgeschrieben. Mit dem Preis sollen Schreibtalente in Vorarlberg in ihrem Werdegang unterstützt werden. Zu gewinnen gibt es ein Preisgeld von 7.000 Euro sowie bis zu drei Stipendien zu je 1.500 Euro. Bis 7. Dezember kann man sich beim Land bewerben. Damit danke schön fürs Zusehen und bis morgen.